Ein herzliches Willkommen zurück zu dem ersten Todspack Opening auf diesem Kanal. Heute öffnen wir auf beiden Accounts die Dürbischen Rival Sets und bei dem anderen Account noch die 200 Carpacks von God1. Wir fangen an mit dem ersten, oder wir tun schnell mal kurz das weg machen. Und dann fangen wir an mit dem ersten 125 Carpack. Es gibt kein Walkout. Es ist Kagawa. Nee, äh, was, wer ist das? Nee, doch, Kagawa. Der ist da hingewechselt. Ähm. Ist ein Duplikat, der muss weg. Und dann öffnen wir noch das andere Pack. Ist es ein Walkout? Ist es vielleicht auch ein Trotz? Nein. Stürmer Sures vielleicht? Nein, Cavani. Ist aber auch gut. Da deppt er rein. Und jetzt noch was dahinter. Ein Mares und Rhymnes. Dann war es das von dem ersten Teil. Ich schneide den anderen hinten dran. Bis gleich. Und da wären wir wieder auf dem anderen Account. Hier haben wir 200 Carpacks und zwei ultimative Sätze. Wir fangen an mit dem ersten 100 Carpack. Und. Es ist Salah. Wie viel... Und das war noch in einem Treadable Pack. Der müsste noch vielleicht 70 Car wert sein. Wir schauen mal. Vielleicht ist auch der Preis jetzt durchs Tod sehr gesunken. Oder? Oh, ist sogar noch... Oder? 80 Car? Noch geringer? Ja, so 78 bis 80 Carpacks bekommt man anscheinend für ihn. Dann tun wir das alles in den Verein. Öffnen das nächste 100 Carpack. Walkout. Vielleicht nochmal eine Granate. Italien. ZM. Ja, Verratti. Dann noch eine 86. Aber immer ein Walkout. Aber natürlich dann am schlechtesten. Und Ösi noch hinten dran. Es waren wieder viele Münzen durch das Pack. Und jetzt kommen noch die 225 Carpacks. Ob da jetzt nichts drin ist oder ob da auch noch Walkouts kommen. Kein dritter Triple-Workout. Spanien. Rechtsverteidiger. Kamaya. 85 hat er sogar inzwischen. Habe ich Stornaroma tradable gehabt? Ne. Dann kommen die weg. Und dann gehen wir zum letzten ultimativen Setz. Wir öffnen das. Und es gibt keinen Walkout. Kam das Glück. Alles tradable. Ist mir auch lieber. Und nochmal Kamaya. Gleich ein 85. jetzt zum abstoßen. Dann war es von dem Video. Ich bin dankbar. Ich bin dankbar zu sehen. Schreibt gerne in die Kommentare. Ob ihr vielleicht auch einen ersten Platz gezogen habt. Und wenn ja welchen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alessar. Ciao. Mir kommt zurück zum dritten Account. Hier haben wir jetzt keine 100 Carpacks. 125 Carpacks. Aber hier haben wir mehrere 15 Carpacks. 35 Carpacks. Und einen 55 Carpacks. Und das war ich gar nicht. 50 Carpacks. Wir fangen an mit dem Premium Goldpack. Da ist natürlich die Erwartung jetzt nicht zu hoch. Und es ist ein Erik Protegin drin. Den können wir mit allem anderen in den Feind tun. Dann öffnen wir jetzt erst der Nummer 4 für Ramos. Das ist ein Schlitz zumindest vielleicht. Ja. Das ist ein ZM 84 Carpacks. Das ist aber 83er. Und dann laufen wir das nächste 15 Carpacks. Und dann geht es zum nächsten 15 Carpacks. Und hier haben wir jetzt mal keinen Stütz. Das können wir überspringen. Lindengrad. Das Stadion. Und das Stadion. Das stoßen wir getrost ab. Dann geht es den nächsten 15 Carpacks. Und wir haben wieder mindestens die Stütz. Vielleicht mal mehr als 83 Torwart. Ähm, kein. Vielleicht ist das ja noch was wert. Dann geht es zum nächsten Carpacks. Dann zum nächsten Berg. Und wir haben Schlewidenstöße. Und immerhin mal, ne, der ist schon wieder 83. Der ist jetzt der 84. Bisschen, wenigstens mal einen, der über 83 hat vielleicht. Dann geht es zum letzten 15 Carpacks, was wir hier haben. Jetzt können wir überspringen. In Kulu. Machen wir so. Weg damit. Megapack. Komm, da kann heute mal einer über 83 sein. Das ist zumindest wieder ein Schlitz. Sparen ihn wieder in den Verteidiger. Dann hat er schon von 83. Wo war Gott verstehen gewesen. Äh, die kommen alle auf die Trunzwerde. Dann kommen wir zum letzten Megapack. Und was ist diesmal drin? Gein Schlitz. Dann haben wir noch zwei Packs. Hoffentlich ist was noch drin. Die Hoffnung ist nicht zu groß aber eigentlich. Das ist die ganz fährlichste. Dann öffnen wir jetzt das große Pack. Und was ist drin? Weißt du, hier ist nochmal ein Schlitz. Sparen. Nur Sparen ja heute. Oh, ein Viermacht. Das ist eine Repliko. Es geht mal höher. Was ist denn die überhaupt noch wert? Jetzt. Oder? 9K. Immerhin. Dann öffnen wir noch das letzte Set. Ja. Wieder kein Schlitz. Und dann war es das von dem Video. Ich bin nämlich bei euch fürs Zusehen. Schreibt in den Kommentar, was ihr gezogen habt. Bis zum nächsten Mal. Euer Alistair. Ciao.